19.33 Uhr, leider zwei Minuten, zu früh ist es nur uns Zeit, wir entschuldigen uns auch hier im Namen unserer Firma dafür, dass wir sie leider wieder mal jetzt, die sie zu früh an ihren Zielort gebracht haben in das Heim, kommen wir natürlich auf Gleis 2 an, dadurch werden natürlich auch leider alle Anschlusszüge erreicht, sowie die S3 zur Fahrt nach Hannover, Abfahrt 19.43 Uhr auf Gleis 5. Wir verabschieden uns dann schon nochmal von den Fahrgästen, die hier aus oder umsteigen, danke für die Fahrt mit der Deutschen Bahn, sage Tschüss, auf Wiedersehen und einen schönen Abend noch, nutzen Sie die zwei Minuten. Der Ausfliege planmäßig in Fahrtrichtung auf der linke Seite.